Es ist eine Schande. Kein Fahnenheiligtum. Wo sollen wir unsere Standarten aufbewahren? Da hast du die anderen Legionen erfahren. Wir werden zum Gespött des Römischen Reiches. Von den enttäuschten Göttern ganz zu schweigen. Ganzes Weltreich haben wir erobert. Und Heiligtum für die Legion ist uns nicht geblieben. Du sagst, es ist ein gebührendes Fahnenheiligtum, wo wir auch den goldenen Adler hinstellen können. Und wo wir dem Kaiser den Eid schwören können. Wir sind verloren. Bein Jupiter. Bein Jupiter. Bein Jupiter. Du hast recht. Es ist ja Zeit, dass wir die Götter um Hilfe bitten. Ich habe noch ein bisschen Weihrauch. Die Götter haben uns die Regel gelehrt. Do und Des. Ich gebe, damit du gibst. Wir Opfernweihrauch. Sie helfen uns beim Fahnenheiligtum. Das ist es. Komm, wir gehen. Die beiden, die haben recht. Die Legionäre von Vindonissa brauchen ein Heiligtum. Aber die Götter allein, die lagen da nicht. Wir brauchen euch. Wir haben schon viel Arbeit investiert und haben auch schon viel Unterstützung bekommen. Aber um den Stein jetzt endgültig ins Rollen zu bringen, sind wir auf eure Hilfe angewiesen. Dabei richten wir uns ganz nach den Regeln der römischen Götter. Do und Des. Ich gebe, damit du gibst. Ihr unterstützt die Legion. Und die Legion unterstützt euch. Zusammen schaffen wir das. Also los, helft uns jetzt. Nicht mal ein gescheiten Altar haben wir.